Es ist endlich da, das lange Warten ist vorbei. Ich hatte wieder eine Kickstarter-Aktion unterstützt und zwar wieder von Peak Design. Mega geile Marke. Und dieses Mal haben sie einen neuen Tripod, ein neues Stativ entwickelt und ich packe es einfach mal aus. Es gibt einfach keinen Tripod auf dem Markt, der so geil, so klein und kompakt ist, wie dieser hier. Heftisch.